Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Stellaris. Es ist so weit wie erklären hier dem Krieg. Eroberung, Anspruch, Klick erklären, sehr gut. Und es geht los. Und Vollgas. Schönes Ding. Richtig schön. Bewohner, Bewohner. Sehr schön. Gleich weiter. Oh, kommt die Flotte. Oh, wie süß. Punktverteidigung. So. Können wir das upen? Konstruktion complete. Gut, 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 gut. Die sind gleich auf dem Sprung. Hier runter. Das ist gut. Dann attacken wir die. Puh. Schauen wir mal. Ja, das ist doch richtig deutlich, in welche Richtung es geht. Super. Sehr, sehr gut. Konstruktion complete. So, dann kannst du gleich rüberkommen, das Spezialprojekt anschauen. Gut. Was. Hostile stationary asset engaged. Konstruktion complete. Diplomatische Alert. Militätskonfrontation enttetet. Schipfragments dissected. So. Konstruktion complete. Können wir... Wir sind da drauf. Es passt. Obit fliegen. Hä? Was spinnt denn hier los? Was soll denn das? Schipfragments dissected. Okay. Alles entfernen. Was? Der ist unbewohnt. Ist doch nicht unbewohnt. Technologische Acquisition erfolgreich. Schipfragments enttetet. Schipfragments enttetet. Schipfragments enttetet. Und noch ein paar Blockers. Grenzen geschlossen. Können wir abnehmen. Gut, weiter. Technologische Erkrankung ist erfolgreich. Okay, weiter. Okay. Planetenverteidigungsprotokolle initiiert. Die Konstruktion complete. Gut. Konstruktion complete. Innovation. Sehr gut. Ground invasion units have achieved all objectives. Ihr holt es euch noch schön. Das ist gut. Wo sind die nächst? Schön. Die hole ich mir. Technologische Erkrankung ist erfolgreich. Gut. Hangar. Das Triebwerk kommt dazu. Das Triebwerk kommt dazu. Konstruktion complete. Das passt. Planetary pacification protocols initiate. Da wird gelandet. Das ist richtig. Bewohner bauen. Das machen wir gleich. Das habt ihr noch. und wo ist unser bot einheit hier ich glaube das waren die hier sehr gut blocker blocker ohne ok gefällt du her es passt alles du warst der letzte hier ist da oben ist gefällt minimal ja glaube ich denn da oben herr armee landen so hardcore schilde hier mal kampfbordarmee und weiter yes jetzt sehr gut sehr sehr gut planetary pacification protocols initiate hier okay fliegt denn der was schon wieder na gut du es haben willst dann kriegst du es sehr gut ein wahrlich gutes treffen das ist wahrlich relations einladung gleich den drauf relations angebot ist es euer ernst habe ich ja gar keinen bock drauf neue mechanik experimentelle substrativation wurmloch reißen die construction complete Dich hole ich mir einen nach dem anderen. Spaceport engagiert. Falsch. Hier drüben. Die Kampfbordarmee. Gut. So. Hm, was haben wir denn? Hier, Ingenieur. Arbeitslosigkeit. Bauen. Bewohner. Bauen, bauen, bauen. Das ist auch noch Level Up. Genieur. Construction complete. Bauen, bauen, bauen. Das ist immer schön. Ja. Da haben wir. Mineralien. 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 Ah, hier. Gut, 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 gut. Sehr schön. Forschung abgeschlossen. Neue Forschung. Tierbewertungslabor. Nehmen wir. Sieben Monate. Passt. Das ist nice. Kommt auch hier runter. Ihr könnt euch zusammenraufen. Kommt. Kommt ihr mal hier hinter. Das passt. Okay. Dann war es auch das wieder für diese Folge. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Servus. Maras. Jochen.